grüß gott mein lieben heute präsentiere ich euch unseren neuen streichrahm im glas den habe ich in england gefunden und jetzt sage ich was der ist so was von geil der ist so was von schön cremig zart viel besser wie die butter die ist ja immer viel zu hart in der früh wenn man diesen kühlschrank nimmt und bei dem streichrahm fluschig cremig zart ist der streicht sich der zum beispiel aufs toastbrot der passt aber nicht nur zum zum frühstück den könnt ihr auch am abend als unterlage für ein champagner für den räucherlachs oder für einen rohschinken nehmen das wirklich absolut delicious probiere es jetzt mal aus mit unserer neuen pumpkin walnuss chutney ist einer meiner favorites die chutney ist ja so was von geld zum käse bin schon gespannt wie das jetzt mit dem neuen streichrahm schmeckt absolut delicious so was von geld probiert sind aus den können sie ab sofort bei uns im online shop bestellen bestellt sich noch eine chatte dazu probiert die kombi zum frühstück ihr werdet sehen dann ist euer frühstück absolut delicious ich wünsche euch einen wunderschönen tag meine lieben die crazy cheese manufacturer shop now at crazy cheese dot com